Und jetzt einfach nur noch reinrotzen. Richtig schön reinrotzen. So, moin Leute und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Zombie Army 4 Dead War. Ich spiele das Level Höllenbasis weiter und zwar Kapitel 4. Falls ihr die anderen Folgen verpasst habt, könnt ihr die gerne noch mal auf meinem Kanal nachschauen. Und ansonsten würde ich sagen, let's go. So, dann gucken wir doch gleich mal nach einem... Okay, ich gehe erstmal hier ran. Das ist alles irgendwie... Brauche ich alles irgendwie... Alles nicht hier. So, ich hole mir mal ein Medikit oder zwei oder drei. Das waren die Dinger. Äh... Alter. Wo ist denn hier ein Medikit, Alter? Da. Gleich mal eins einsetzen und noch eins nehmen. So. Das ist gut. Das tut gut. So, Munition habe ich. Dann los. Let's go. Let's go. Okay, Kapitel 4. Verlass das Versteck. Das ist sozusagen das große Finale. Also nicht das große Finale vom großen Finale, sondern das große Finale von diesem Kapitel. Und... Ja, ihr wisst ja, was da passiert, ne? Alter. Thronsaal von Hitler? Okay. Göttliche Erweiterung. Guck mal hier. Nice! Kit 4. Ich habe jetzt alle Kits gefunden, sozusagen. Was soll ich denn jetzt machen? Hebel ziehen. Ja. Und ihr wisst ganz genau, was passiert, wenn ich den Hebel ziehe. Äh... Da ist jetzt gleich Remi Demi. So, ich würde nicht diesen Hebel ziehen. Wer ist denn das? Nehmt die Rekulike mit. Ja. Zombie-Horde überstehen. Ja, jetzt geht's wieder ab hier. Ich hoffe, es kommen keine Dicken. Ich kill die gleich mal hier ab. Sniper? Wo sind die denn? Also, Sniper kann ich jetzt nicht sehen, aber... Ich kill jetzt einfach mal... ...alles, was hier drin ist. Ah, jetzt habe ich den Sniper gesehen. Keine Munition. Ja, moin. So, Freundchen. Jetzt ist Feierabend hier. Und ein Digga, oder was? Alter. Einmal. Schmeiß doch irgendwas da rein, verdammt. So, Freunde. Ja, habe ich mich jetzt selbst mit geschadet, ne? Ich schlauere Typen. Ich schlauere Typen. Geht. Geht, würde ich mal sagen. Oh. Gut. Habe ich hier schon wieder welche, ey? Die Munition, Alter. Also, wenn das diesmal kein Gold gibt, dann weiß ich auch nicht, ey. Geht. Ja, das war's, oder? Oder kommen wir noch mehr? Wahrscheinlich war das der letzte. Bam. 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 Geil. Geil. Ja, gut, dass ich direkt an den Anfang gegangen bin, Alter. Und habe die da gleich weggeholt. Was ist hier drin? Stolpermine. Ich finde die Stolperminen, finde ich, total beschissen. Die braucht keine Sau, ey. Was war das da? Ja. Da war er. Unser Freund aus der Hölle. Da gehört er auch hin, würde ich mal sagen. Wo war denn hier noch was Schönes? Da unten sind noch welche. Was ist da drin? Brand. Ja, gut. Ne, mal mit. Scheißegal, wenn hier sonst nichts mehr ist. Hier hinten war dieses Pack, glaube ich. Ach, ne. War auf der anderen Seite. Gut, dann gehen wir mal weiter. Hier kamen die Viecher raus, ne? Ja. Klettert auf das Dach. So. Da ist noch eine Notiz. So, das könnte ich jetzt anmachen und könnte nochmal ein paar Viecher killen. Aber... Da kommen wahrscheinlich wieder Viecher raus, die ich nicht sehen will. Deswegen gehe ich mal weiter. Das mache ich dann alles mal im Koop. Und ich denke, dass es da auch extra Folgen geben wird. Also die komplette Story nochmal im Koop. Auf schwer natürlich. Brauche ich nur ein gutes Team. Guck mal da. Ja, natürlich. Munizieren wir alle. Lauf! So. Geben wir den nochmal einen Takt an hier. Dann ist Ruhe. Hä? Jetzt habe ich irgendwas... Noch irgendwas freigeschaltet. Noch ein Kit? Klettert auf das Dach des Turms. So. Ei, ei, ei. Ah, you're here. Ja, da bin ich. Stolpermine. Alter, was soll ich denn mit so einem Schrott? Überlebt das Portal. Überlebt, bis das Portal bereit ist. Junge, was soll ich denn mit diesen Stolperminen? Und jetzt soll ich da runter gehen, oder was? Wo ist denn der gelbe Punkt? Ja. Jetzt. Hä? Was passiert mit ihm? So, jetzt werde ich erst mal wieder den... Hä? Ich brauche auf jeden Fall einen Takedown. So. Weil ohne Takedown ist schlecht. Und ich muss mal wissen, wo es hier Munition gibt. Junge. Junge. Da geht's ja schon wieder voll krass ab, ey. Hau hin, das Ding, und hau ab. So. Da kommen ja einige. Bam. Ich muss mich beeilen, weil sonst knallt's hier gleich. Alter. Munition für alle. So, dann einmal wechseln bitte. Okay. Okay. So, den Dicken muss ich da irgendwie jetzt mal wegholen. Geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Muss weg. Scheiße, Junge. Könnte natürlich nur noch einen zweiten Takedown machen, aber... Das erst mal den Dicken da wegholen. Jetzt. Bam. So, jetzt können wir weiter. Ist das schon wieder leer? Nee. Das ist cool. Komm schon, komm schon. So, hier könnt ihr nochmal langkommen. Vorhin in der Sonne. Bam. Oh, da. Ja, das dauert immer viel zu lange, bis das Ding da hingelegt ist. Piu. Oh je. Junge, lad nach. Lad nach. Was geht da unten so ab? Wieso sind denn hier so drei Generale, Alter? Das verstehe ich überhaupt nicht. Oh. Zweite Chance erstmal. So, dann brauch ich erstmal Munition. War doch hier irgendwo. So, dann räumen wir erstmal ein bisschen auf hier, würde ich mal sagen. Ach, komm, Alter. Jetzt brenne ich schon wieder. Oh, dieses Nachladen, das darf ich am meisten, ey. Und da wieder welche. Da wieder welche, hier wieder welche. Das ist schon wieder leer, oder was? Das kann doch nicht sein, Alter. Tatsache. Tatsache. Oh, oh. Ja, Giant ist da unten, Alter. Ui. Komm. Mal ein bisschen, ein bisschen sammeln hier, Alter. Mal ein bisschen so sammeln. Bisschen Energie sammeln. Oh, hier geht's ja voll ab, Alter. Hier geht's ja schon wieder richtig krass ab, ey. Ui. So, dann hol ich mir mal schnell Munition hier. Wobei, hier gibt's ja überall Munition, ne? Das Problem ist, was es nicht gibt, sind Medikits. Finde ich sehr schade. Ach, entkomme durch das Portal. Ich kann schon gehen. Ist ja nice. Gut, dann muss ich mir jetzt erstmal den Weg hier freisprengen, sozusagen. Aber ich könnte noch gut Punkte machen, ne? Mach ich da auch nochmal ein bisschen Punkte. Machen wir nochmal einen kleinen Takedown. Guck mal, der hier zum Beispiel. Schmeißen wir nochmal hier so ein Granatchen hin. Oje, oje. Und jetzt einfach nur noch reinrotzen. Richtig schön reinrotzen. Oje, oje. Was kommt die denn her? Ja, chill mal. Machen wir mal ein paar Punktchen machen hier. So, dass ich vielleicht nochmal Gold bekomme. Ein paar Punktchen. Ist schon wieder leer, oder was? Warte mal. So. Machen wir den nochmal weg hier. Ah. Hier kommen zu viele Giants, Alter. So, kommt mal schön hier rein. Ich hole mir mal noch hier nice. Keine Munition. Hier muss doch irgendwas rumliegen, Alter. So, Milizierung geholt. Schade. Mein Multiplikator war natürlich weg. Den hätte ich natürlich nochmal gut gebrauchen können hier. So, da vorne war doch dieser... Dieser Typ. Warm. Ja, easy, würde ich mal sagen. Junge, die Giants, die sind echt... Würde ich mal sagen, in der Überzahl hier. Aber hier kannst du echt gut trainen, Alter. Warte mal. Da brennt es schon wieder? Wieso brennt es denn da? Komm schon. Eieieiei, jetzt wird es interessant hier. Jetzt wird es interessant. Ist hier noch irgendwie so ein... so ein krasser Typ. Null Giants und ein Scheiß. Jetzt habe ich schon wieder den Multiplikator verloren. Naja, dann hau ich mal ab. Ich würde mal sagen, das reicht, oder? Kann ja von hier noch ein bisschen ballern. Oh, okay. Dann war ich wohl im Portal. Piu, piu. Und da kann ich jetzt durch, oder was? Ah ja. So einen auf Terminator. Alter, guck mal. Alter, ich habe es echt nicht geschafft auf Gold. Obwohl ich da so viel getraint habe und so viel geballert. Krass. Irre. Naja, Levelausstieg. Ein bisschen was gesammelt. Passt. So Leute, dann würde ich sagen, ich beende das Video für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet auch gerne mit dem nächsten Mal ein, wo es genau hier weitergeht mit dem nächsten Level. Und ich glaube, das ist dann sogar das letzte Level. Von dem Standards-Spiel. Es gibt natürlich noch DLC. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo, Like und Kommentar da. Ist komplett kostenlos für euch und hilft mir sehr. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020